In diesem Video teste ich den Go Nuts Grenade Riegel in der Geschmacksrichtung Peri-Peri. Der Riegel verströmt einen sehr würzigen Paprika-Chips-Geruch. Auf dem Riegel befinden sich verschiedene Nüsse. Es handelt sich hier um Mandeln, Cashew-Kerne und Macadamia-Kerne. Der Riegel schmeckt wie eine Mischung aus Paprika-Chips und Nick-Nacks. Ein sehr würziges Paprika-Aroma. Wenn man den Riegel länger kaut, dann wird er mit der Zeit immer schärfer. Dann hat man wirklich einen scharfen Chili-Geschmack. Es ist ein ungewöhnlicher Geschmack, den man so glaube ich noch nicht erlebt hat bei Protein-Riegeln. Mir schmeckt das sehr gut. Ich denke, dass der Riegel aber auch nur für die ist, die auch Schärfe vertragen, denn er wird wirklich sehr scharf. Von der Konsistenz her ist er so ähnlich wie ein Müsli-Riegel, leicht zäh, ist im Gesamten nicht salzig oder überwürzt. Es schmeckt einfach wie ein bekannter Riegel. Riegel schmeckt wie ein Müsli-Riegel. Riegel schmeckt wie ein Müsli-Riegel. Riegel schmeckt wie ein Müsli-Riegel. Untertitelung des ZDF, 2020